Jetzt wird's gefährlich. Der Ball soll jetzt zu Robert Lewandowski. Boah, wie hat er den denn gerettet? Ganz starker Einsatz auf der... Gladbacher eingeblendet, pushy. Oh, ist Aaron Hunt auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja verständlich. Sie liegen vorn und wollen das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Ganz stark. Er versenkt den Ball mit einem direkten Freistoß. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederum. Und da merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistößen eine extra Einheit eingelegt hat.